So, jetzt haben wir noch mal unseren Röntgenleben mit seinem Röntgen-Diamond, Rot-O-Tiabank. Wir wollten doch mal sehen, wir hatten immer so viele Eintrachtstabschwierigkeiten, aber dann ist er doch relativ gut aus dem Fettig gekommen. Und wenn er da losgeht, dann ist er noch mal, wir machen das Röntgen, was wir hier vorhin waren, wir haben das gesehen. Das ist ein Röntgenüberbruch, toll heißt das.